Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen Drachenlord bzw. Reiné Ich bin doch kein Moné Metal Leute Ihr seht, ich habe einen Pinsel in der Hand und hinter mir wird was gemalt Was mache ich jetzt seit hier? Ähm, ich pinsel hier meine Wand an So, ich glaube das ist tief genug Ich kann gut zeichnen, ne? Schauspieler ist man eigentlich erst, wenn man eine Schauspielschule besucht hat Du bist Amateurschauspieler und Amateurmusiker Wie bitte? Und ich habe mehr erreicht, als viele Schauspieler, die zehn Jahre lang in der Schauspielschule waren Jetzt kommst du Drago Geil und genial Geil und genial Was zur Hölle? Wo bin ich? Was bin ich? Geiles Stück, du geiles Arme, du geiles Stück. Du kannst dich hart rannehmen. Du geiles Luder, du geiles. Sau, du geile. Vielleicht wichst du mir auch manchmal wieder einen. Und an welchen du kannst dich hart rannehmen. Metal, Leute. Ja, das waren fast 55 Minuten Aufnahme. Ich wurde in der Aufnahme etwa 7x, 8x gestört. Während der Aufnahme. Und während des Schneidens bis jetzt schon ungefähr 6-7x. Es ist heute echt nur eine Katastrophe.